Geiz ist geil, Rocket League ist geiler und schon geht's hier los. Wir spielen hier direkt danach nach unserem Zwei-Siegel-Rausch. Road to Grand Champion. Sag doch, dass du hinter mir bist. Das meint ich mit besserer Ansage. Ich nehm den Ball. Ich nehm den Ball. Ja, dann nehm du den Ball. Ich nehm den Ball. Ach komm. Weißt du, der zwei Spiele gewonnen hat, verlieren wir nur 15. Das war dumm von mir. Ich wollte gerade deine Mutter schreiben, dann fiel mir auf, dass ich das Rekord habe. Du musst auch mal sagen, ob du den alleine machst oder ob ich mitkommen soll. Ich mach ihn alleine. Ja, du musst dir dazu sagen. Du musst ja eine taktische Idee reinbringen. Das glauben uns die Leute nicht, dass wir seit Oktober 2015 im Bootcamp waren. Und wir waren in getrennten Bootcamps. Also ich war in den Bootcamp, damit ich mich mal den Skill von Benny anpassen kann mittlerweile. Es ist mir gelungen, muss man sagen. Ja, also, äh, das würde ich jetzt schon behaupten, weil der absolut schaiße war. Will er mich ffff-fff-ichken? So, äh, hab ihn gehabt. Ach, jetzt dachte ich, was geht hier. Mann, ich hab das immer noch nach 80 Jahren. Zwar, Oktober 2015, das ist wie Spielweg-Kram schon seit 2 Jahren und ich krieg's immer noch nicht hin. Ich mein gut, ich bin seit 2 Jahren und mach wahrscheinlich seit einem Jahr kein Level mehr. Ach, der war gut. Ja, das war mein Fehler. Konzernis machen. Also, ich hab versucht zu bremsen, aber... Ich weiß, nee, das war mein Ding, siehst du, ich hätte die Technik kriegen müssen. Ja, wir sind irgendwie selbstkritischer geworden, hab ich das Gefühl. Kannst du dem jetzt mal 3 Tore rein und knallen? Der nervt mich. Was hab ich früher gemacht, damit ich was getroffen habe? Ich weiß das nicht mehr. Du hast dich aufgeregt. Ich bin ruhiger geworden. Oh, das ist nicht zu knapp. Ja, das ist die Altersmilde. Das ist die Altersmilde. Du machst das. Das ist ja, wir müssen uns echt mal, äh, wir müssen uns einfach, äh... Ich will wieder für den alten, den guten alten Leo. Wenn jemand irgendwie zum Ball. Hallo, ich werde ein paar Monate ein Vierteljahrhundert alt, also von dem her, ich müsste mal ruhiger werden. Ich bin schon Vierteljahrhundert alt. Hä? Äh, ist das... Du bist ruhiger geworden. Mental bin ich schon dreivierteljahrhundert alt. Ah, schönes Ding. Also, man muss dazu sagen, ich kann das auch. Nur wenn ich aufnehme, ist das von der Perspektive her viel besser, wenn ich weiter wegstehe. Äh, ja. Äh, ich muss auch ehrlich sein, weißt du, sonst denken die ja hier an, ich kann nichts. Also, alle beiden. Ich versuche, wie das Ganze hier... Das Schöne ist, der Gag mit den alle beiden, den hab ich auch schon damals gerissen. Und der wird immer noch passen. Oh, der war gar nicht immer so schlecht. Ich hab von hier hinten gesehen, dass der nicht reingeht. Nö, 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 nö. Nimm ihn. Der geht auch nicht rein. Oh, 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 der war schlecht. Oh, ruf echt mal an, wenn du an den Ball gehst, dann weiß ich, dass ich mich schon mal, äh... Ich geh dran. An den hier auch? Okay. Ich geh. Ich nehm ihn. Oh, siehst du, das ist schon viel koordinierter bei uns. Der wär auch fast drin gewesen. Ah, karamba. Ich steh grad ein bisschen defense. Oh, voll vorbei. Ich glaub, echt, wenn wir Formel 1 zusammenzocken, war das echt geil. Das ist mein übelstes Rage-Spiel, ich raste da komplett aus. Mir fehlt bei solchen Spielen nämlich die Geduld. Oh, der ist drin. Hast du den gehalten, oder war der einfach schlecht? Der war einfach schlecht. Oh, schreit. Der hättest jetzt auch behaupten können, dass du ihn gehalten hast. Das hätt ich jetzt nicht geglaubt. Ich hab null Nidro, aber ich werde es nutzen. Aber wie sag ich, ich werde es nutzen? Er disrespektetet er mich gerade, dann meint er das ernst. Oha, ich hab ihn aufgehalten. Äh, ich glaub, man hat mich gedreht. Ich hab mich, ich hab halt gerade nicht hin... Nimmst du den? Okay, ich werd wieder ein bisschen... Ich hab einen geblockt, aber der kommt trotzdem nach. Boah, der war scheiße von mir. Ich hab einen gut geblockt, aber dass der 2, den ich getroffen hat, war Glück. Äh, oh. Ach, Mann, wieso ist der denn schneller? Ich hab einen gut geblockt, aber dass der 2, den ich getroffen hat, war Glück. Ich geh mal vor. Oh, fuck. Ich wusste aber auch nicht, dass ich den kriegst, das ist ja jetzt angesagt. Oh, oh. Oh, hab ich nicht kommen sehen. Ich dachte, er geht vorbei. Ich dachte, der 1. geht rein und dann... Ja, ich dachte, er geht vorbei. Weil ich war da so schräg rechts und von mir aus sah es halt aus, dass wir da komplett vorbeigehen. Ja, gut. Das ist natürlich jetzt... Ich hab 22 Sekunden und hab mich. Alles klar. Ich glaub natürlich, dass wir's schaffen könnten. Aber, äh... Dafür... ...must du wütend sein. Muss ich meinen alten Skill auspacken. Der hat grad deine Tochter beleidigt. Alter, wieso treff ich die scheiß Bälle nicht mehr dort? Ach, komm, komm, tu's für Papa. Schade, das hat mir fast schon funktioniert. Na, wieso hab ich nein? Was? Mit nein geschrieben aus Versehen. Ja, komm, ich schreibe. Das ist so Internet. Naja. Ich geh, geh. Meister. Na mal, was sind denn die... Semi-Profi und Profi. Ich glaub, wir sind mittlerweile Veteran, oder? Jo. Du kannst froh sein, dass ich aufhöre, dann nachzugucken, so hat man das Tor nicht gesehen. Und bitte hoff nicht wieder die hinterletzte Drecks-Torhöhne. Das klingt einfach eine andere. Ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal hatte. Ich muss mal nachgucken. Das klingt mir wirklich so auf den Sack lang. Ich weiß echt nicht mehr, was ich hatte. Oh, ärgerlich. Ja, was man zusagen muss, Privatspiele total gut, das ist nur, wenn wir jetzt reden. Knapp war's. Ja, war was, aber knappig. Uli, uli, uli. Jetzt war ohne Scheiß, was hatte ich für eine Torhöhne gehabt. Ach, jetzt war irgendwas extra. Ich hatte ja hier, äh, an Arisen. Der Wiese. Ja. Dann hatte er, glaub ich, äh, Gastspieler 2 hatte die, dieses Mainzer Kameras Ding. Hatte ich irgendwie, kein Touch-This? Nein. Oh, wobei. Nee, 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 du hast was anderes. Nee, 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 ich hab nicht MC Hammer gehabt. Nee, du hast was anderes. Was hatte ich für eine Torhöhne, Mann. Es ist wahr, aber sowas eben, es ist, es geht so um die Kenntage-This-Richtung. Äh. Jaaaaaaaaah. Ich bin grad komplett Raiden-AfK, weil ich über die Hymne noch denke. Jaaaaaah. Ich bin grad komplett Raiden-AfK, aber ich über die Hymne noch denke. Jaaaaaah. Also, ich fand sie cool. Ich hab sie gern gehört. Das ging mir irgendwie mega auf den Wings. Ja, warum nur? Wer hat wohl die ganzen Tore geschossen? Ja, wir hatten immer davor schon angefangen, Hymne zu singen. Jupp. So geht das. Oh, gute Frage, also. Fällt mir echt nicht mal ein. Ich weiß nicht, ist halt auch schon mal her. Muss ich oder fährst du? Ja. Ich hab dich grad nicht gesehen, aber... Ich bin immer noch wegen der Hymne-Brain-AfK, da. Ups. So, egal. Ich kunst mich jetzt mal wieder aus Game hier, Alter. Das sind jetzt zwei Punkte, Digga. Oua. Jaaa, komm, äh. Wurde ich nur noch durchgenoodled. Wurde ich nur noch durchgenoodled. Wurde ich auch nur sicher aber auch. Ich klau doch keine Tore. Ja, gut. Habe ich nicht nötig. Nein. So, wenn wir jetzt 80 Millionen Abonnenten hätten, könnte ich ja sagen, wir sehen in den Kommentaren, ähm, wie viele Tore du mir schon geklaut hast, weil's dann bestimmt immer einen gibt, der mitzählt. Ich bin übrigens in dem Fall ich. Ich hab's hier verwirrt. Boah, ernsthaft jetzt. Ja, ich sag ja, wenn wir dann nochmal anderthalb Jahre Pause machen, dann können wir ja, äh, entschuldigen, dass ich eigentlich nur wegen dem Aussehen mitspiel. Was bringen jetzt Sponsoren halt. Was? Ja. Oh, hast du, kannst du den irgendwie verwerten? Jo. Weil es war gut, dass der mich getötet hat, weil sonst hätte er gar nicht den Ball abgekommen. Keiner Scheiß. Ja, ich hab den ausgebremst. Hast du gesagt, dass du verwertest den, hab ich den tatsächlich ausgebremst. Ah. Nein, hast nicht gesehen in der Wiederholung. Ich hab den in dich reingeschuckt. Ja, aber, äh, hätte ich nicht gebremst, hätte er eventuell noch gemallert. Ich hätt ihn so oder so erwischt, glaub. Ja, weiß ich nicht, aber ich sag ja, ich hab, äh, ich war ganz geil. Ich hab, ich hab den blinden. Also mein Typ hätt ich so oder so erwischt. Na gut, der, äh, ja. Der hätt mich eh erwischt, das ist super. Sag mal. Ich, guck mal. Ich hab einen. Du musst nur gelangen. Du, es ist grad ganz schlecht. Was kannst du eigentlich? Ich hab dich extra mit dem alleine gelassen. Wo ist du denn? Aber er wollte halt auch nicht rückwärts fahren, weißt du? Nein. Oh, bin ich dumm. Du erzähl das Parade. Ich glaub wirklich, man könnte einen Zusammenschnitt machen. Das wär wahrscheinlich von 10 Minuten Video, wenn's... 4 Minuten. Mann, bin ich dumm. Scheiße, bin ich schlecht. Den hätt ich machen müssen. Und... Lass mal. Ja. Aua. Und ich mein nicht Aua, das tut weh, dass ich den verfehlt hab. Sondern Aua, ich hab mir so stark gegen die Stirn geschlagen. Du, das tut weh. Das war geplant. Das war dumm von hier. Das war dumm, aber geplant. Mitte! Bestimmt. Das ist nicht die Mitte. Doch, warte ab. Guck, Mitte! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Gut, da ist es... Nein, ist doch deine Chance gewesen. Ich... Woll doch nur mal sicher geben, mich da nicht mehr einmischen. Immerhin bin ich der Spielmacher und der Taktiker im Team. Und unfähig, äh, richtig rumzufahren. Ja. Von 4, 3 gewonnen. Also insgesamt stehen wir jetzt, glaub ich, bei... 8 Spielen. Haben auf jeden Fall 3 gewonnen. Wie ich's mir davor stelle, wissen wir ja selber nicht. Ja, coole Nummer. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal! Tüdüdü!